Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man den geheimen Song freischalten kann und das ist ziemlich einfach. Ihr müsst 4 Münzen dafür abschießen und ich zeige euch jetzt alle Spawn Locations. Wie ihr gesehen habt war die erste Münze im Danu Turm unten drin wenn man da rausschaut. Die zweite Münze müsst ihr dafür in den Radturm gehen ganz nach unten alles die Treppe runter und dann ist es hinter zwei Kissen so eine rote kleine Münze. Ihr müsst einfach drauf schiessen und das aktiviert sich von alleine wenn ihr drauf geschossen habt. Die dritte Münze ist im Odin Turm gleich hinten in der Ecke hinter diesem Gitter ist eine blaue Münze und dann einfach auch wieder drauf schiessen. Die vierte Münze ist hinten im Zeus Turm. Da müsst ihr nach oben gehen zu dieser Statue die geradeaus da an der Wand ist und dann seht ihr unten einen kleinen pinkigen Knopf oder Münze. Jetzt solltet ihr den Song abspielen und den könnt ihr euch schön gönnen und Zombies metzgen. Und ja, Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst doch bitte eine kleine Bewertung da und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Vielen Dank.